Nach dem Attentat auf den Atomphysiker Fahizadeh hat der Iran mit Vergeltung gedroht. Der Generalstabschef der Streitkräfte kündigte so wörtlich fürchterliche Rache an. UN-Generalsekretär Guterres mahnte zur Zurückhaltung. Fahizadeh war gestern nahe Teheran in seinem Auto beschossen und tödlich verletzt worden. Die iranische Führung machte Israel für die Tat verantwortlich. Die dortige Regierung lehnte einen Kommentar ab. Fahizadeh galt als einer der Köpfe des iranischen Atomprogramms. Vollsperrung einer Autobahn östlich von Teheran. Im iranischen Fernsehen laufen diese Bilder am frühen Abend in der Dauerschleife. Es soll einen Attentat gegeben haben auf den führenden Atomwissenschaftler des Landes. Kurze Zeit später meldet das Staatsfernsehen den Tod von Mohsen Fahizadeh durch bewaffnete Terroristen, so der iranische Verteidigungsminister. Augenzeugen haben uns berichtet, dass auf sein Auto geschossen wurde. Kurz danach ist ein blauer Nissan wenige Meter von seinem Auto entfernt explodiert. Mohsen Fahizadeh galt seit vielen Jahren als Schlüsselfigur des iranischen Atomprogramms und als Experte für die Herstellung von Raketen. Regelmäßig soll er an Treffen mit dem obersten Führer Ayatollah Khamenei teilgenommen haben. 2018 sprach Israels Ministerpräsident Netanyahu im TV ausführlich über den iranischen Wissenschaftler. Unter seiner Leitung stelle der Iran Atomwaffen her. Merken Sie sich diesen Namen. Israel sieht im iranischen Atomprogramm seine Existenz bedroht. Die Islamische Republik drohte dem jüdischen Staat wiederholt mit Zerstörung. Israel reagiere immer wieder mit Sabotageakten auf Nuklearanlagen, so Beobachter. Auch eine Anschlagsserie gegen iranische Atomwissenschaftler im Jahr 2010 schreiben viele dem israelischen Geheimdienst zu. Im Fall Farizadeh schreibt Irans Außenminister Zarif am Abend auf Twitter, es sei eine feige Tat mit ernstzunehmenden Anzeichen einer Rolle Israels. Erst vorletzte Woche wurde bekannt, dass US-Präsident Trump in Erwägung gezogen habe, eine iranische Atomanlage anzugreifen. Teheran sieht darin einen Zusammenhang zum Vorfall, heißt es, und droht bereits am Abend mit Rache. lägel婚 mit Rache.